Wir wollen vom letzten Punkt, vom Ende der Zivilisation, sagen wir, von der letzten Ortschaft, das ist Cardo, weil wir mit Trägern ungefähr 200 Kilometer bis zum Fuß des Berges, über Gletscher, über unwegsames Gelände mit Trägern, wir rechnen ungefähr mit 50 bis 80 Trägern und von dort eigentlich schon mehr oder weniger ohne Träger, auf Träger verzichten. Auf Träger verzichten? Ja, den ganzen Anstieg in Angriff nehmen. Wie viele Höhenmeter sind das dann noch ohne Träger? 4.000 Höhenmeter. Die wollte ja ohne Träger machen? Ja. Sie haben ja den Berg schon gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Nur aus großer Entfernung gesehen. Aus großer Entfernung? Ja, von Manger Barwart. Aha, da hat man ihn schon gesehen. Ja, man hat so die Umrisse gesehen. Ja. Aha, da hat man ihn schon gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020